Importieren von Online-Zielen Melden Sie sich im Skoda Connect Portal an. Wählen Sie Ziel- und Routenimport. Mit diesem Dienst können Sie im Skoda Connect Portal ausgewählte Ziele automatisch an das Navigationssystem Ihres Fahrzeugs übertragen. Klicken Sie auf Neues Ziel erstellen, nennen Sie Ihr Ziel, geben Sie die Adresse ein und drücken Sie Speichern. Nachdem Sie das neue Ziel gespeichert haben, vergessen Sie nicht, es zu aktivieren. Um weitere Ziele hinzuzufügen, klicken Sie auf Ziel hinzufügen. Beim Speichern und Aktivieren werden die eingegebenen Ziele auf das Navigationssystem Ihres Fahrzeugs übertragen. Sie können auch mit der Skoda Connect App Ziele an Ihr Fahrzeug senden. Wählen Sie die Kachel Reiseplaner und die Karte erscheint. Auf der Registerkarte Suchen können Sie Ihr gewünschtes Ziel über Adresse, Veranstaltung oder Kontakte eingeben und finden. Die App bietet auch die Möglichkeit, durch Anklicken der Karte ein neues Ziel hinzuzufügen. Tippen Sie auf die Schaltfläche, um das Ziel an das Fahrzeug zu senden. Sie können die neu hinzugefügten Ziele auf Ihr Navigationssystem herunterladen, indem Sie auf Verbinden und Online-Ziele klicken. Wählen Sie hier Aktualisieren, um Ihre erstellten Ziele aus dem Skoda Connect Portal oder der Skoda Connect App in Ihr Fahrzeug zu importieren. Alternativ können Sie auch NAV drücken, auf Meine Ziele gehen und Ziele auswählen. Wenn Sie ein Ziel auswählen, beginnt die Navigation zu dem ausgewählten Ziel.